Milch und Pappe, check. Zeit, die Schwerkraft ein wenig zu überwinden. Mit Sahne und Streuseln krönen. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Bomni, ich hab dir was Besonderes gemacht. Was Besonderes? Was zum... Jacks! Hab dich! Wenn Charaktere nicht lügen würden. Das war der Hammer. Hä? Was ist das? Warst du das, Jacks? Nein. Ich hoffe, du lügst nicht, Jacks. Sonst... Was soll ich tun? Was soll ich tun? Das ist so langweilig. Vielleicht vertreibt dieser Zauberwürfel die Langeweile. Wo war ich? Sie leben glücklich und zufrieden. Genau die richtige Zeit für ein bisschen Spaß. So eine Schlafmütze. Zeit aufzuwachen. Wer? Was? Raus aus den Federn. Hallo, Bomni. Ich bin's. Ach, du schon wieder? Was willst du? Also, ähm, tut mir leid. Ich werde dir alles erklären. Okay, ich höre zu. Los. So, ich war in einem Flugzeug. Und habe die Aussicht von oben genossen. Mir wurde langweilig. Dann hörte ich Musik. Und bin sofort eingeschlafen. Das Flugzeug ist in einem Schneersturm gelandet. Dann bin ich in den Schneersturm gelaufen, kalt und müde. Es war eiskalt bis auf die Knochen. Und niemand war da. Kannst du mir glauben? Hm, warte mal. Lass mich erst nachsehen. Bist du sicher? Ach, komm schon. Okay. Ich war mitten in der Wüste an einem heißen Sommertag. Ich schaute auf die Karte und bog links ab. Oh Mann, ich bin falsch abgebogen. Also nahm ich ein Fernglas und schaute mich um. Da ist nichts. Oh, ich bin falsch abgebogen. Oh mein Gott. Oh oh. Äh, äh, hallo. Ich war auf dem Weg dorthin. Tschüss. Heiliger Bim Bam. Sind Sie hinter mir? Nein. Boah. Ich habe eine Schaufel gefunden. Was für ein Glück. Dann habe ich in der Erde gegraben, um einen Schatz zu finden. Und ich habe ihn gefunden. Oh. Wirklich? Ja. Oh, ich habe den Schatz dabei. Ich verschwinde. Halt, ein Souvenir für dich. Pomni, wo ist sie hin? Mh, lecker. Ach, da bist du ja. Hallo Pomni. Was ist das für ein Geruch? So stinkend. Riechst du das auch? Ich weiß nicht. Sind das die Chips? Vielleicht. Nicht die Chips. Igitt, du stinkst. Ich? Ich doch nicht. Du lückst schon wieder, oder? Lass mal sehen. Mach den Mund auf. Heiliger Bim Bam. Ekelhaft. Dein Mund ist deine Giftmülldeponie. Ich? Nie im Leben. Komm schon. Jetzt mach den Mund auf. Halt still. Ich hole sie raus. Meine Zähne. Wo sind sie hin? Was zum? Igitt, Jax. Deine Zähne sind eklig. Sieh dir das eklige Zeug an. Und da wächst auch noch was drauf. Ist das ein Pilz? Igitt. Es ist ja wie in einem Horrorfilm für Zähne. Okay, fangen wir damit an. Es ist, als würde man versuchen, Seepocken von einem Schiff zu entfernen. Ich wüsste gar nicht, dass ich meinen eigenen Schlein züchten kann. Und endlich fertig. Wow, blitzsauber. Dafür sollte ich einen Preis bekommen. Fang die Sachen wieder an ihren Platz zu räumen. Wie fühlen sie sich an? Ich fühle mich anders. Nur, damit du es auch verstehst. Schön, oder? Mh, das ist stark. Das machst du gut. Lass es uns rausnehmen. Ich fühle mich wie neu geboren. Danke. Gern geschehen. Das hast du toll gemacht, Jax. Das sieht lecker aus, Pumdi. Bedien dich. Oh, danke. Ich bin so hungrig. Das habe ich extra für dich gemacht. Okay. Das sieht komisch aus. Ach, was soll's. Hebe mir was auf, Jax. Oh, oh, oh. Warte eine Sekunde. Etwas verwirkt sich in meinem Mund. Gelaff. Was hast du in das Sandwich getan, Pumdi? Lass mich nachdenken. In die Tonne mit dir, Müll. Hä? Ein Salatblatt. Sieht noch frisch aus. Oh, ich weiß, was ich damit machen kann. Eine Scheibe Käse. Was für ein Glückstag. Ich habe ein Stück Brot gefunden. Es muss nur noch etwas abgestaubt werden. Hallo, Pumdi. Tut mir leid, Jax. Ich spüre mir nur den Mund aus. Ich bin verdammt. Oh, wer's findet, dem gehört's. Ist das gut? Frisch. Ähm, sorry. Schäm dich, Pumdi. Ah, Zeit für einen Snack. Hier ist niemand. Hä? Oh. Ich bin so hungrig. Bitte. Nun, ich denke, wir können teilen. Juhu. Pumdi, du bist meine Ritterin. Danke. Hey, Jax, hör auf. Jetzt bin ich dran. Wir teilen. Weißt du noch? Ich weiß. Nur eine Sekunde, okay? Hä? Du lügst. Nein. So gut. Nein. Ich bin fertig. Tschüss. Stopp. Stopp. Hast du das gesehen? Hm, unglaublich. Hm, tolles Müsli. Ich mach mich fertig für die Party. Und wie? Hm, ich finde, es ist ganz gut. Hm, hm. Wirklich? Was? Aber er hat gelogen. Oh ja, das ist so lecker. Warte, äh, was? Hm, hm, hm. Mein Lieblingsmüsli. Oh, das Müsli. Was? Gib mal her. Damit kann ich meinen Lidschatten machen. Große Köpfe finden immer den besten Hack. Ja, was auch immer. Oh, das ist genial. So wird die Farbe gleichmäßig verteilt. Ah, ich seh doch hübsch aus, oder? Hm. Lass mal sehen. Hm, so. Ich schätze, wir können sagen, dass du hübsch bist. Ja. Hm, hm, hm. Hm, hm, er hat schon wieder gelogen. Vielleicht sollte ich mein Make-up etwas aufpeppen. Und dabei muss ich so kreativ wie möglich sein. Etwas Rusch auf die Wangen und auf die Stirn. Einmal rechts und einmal links. Und fertig. Wow. Was meinst du? Wow. Ähm, ich denke, es ist... Charmant, oder? Ja, ich meine, du bist... Wunderschön. Was? Du bist ein Lügner. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Okay, knacken wir das Level. Oh, ja. Hast du Spaß, Jax? Vielleicht. Sieht danach aus. Oh, die Spielzeit ist vorbei. Hey, ich hab doch geguckt. Das ist gemein. Oh, äh, nur eine Sekunde. Oh, da ist sie. Hä? Ist das deine Freundin? Äh, ähm, nein. Ah, ist das Gängel? Du nervst. Nein. Neugierige Nerrin. Hm, wer könnte es sein? Ist es... Du brauchst nichts zu raten. Das geht dich nichts an, Pommi. Oh, ich weiß. Super. Ähm, ja. Aber rot bedeutet nein. Also, wer ruft dich sonst noch um diese Zeit an? Regatta, Regatta? Oh, ähm... Äh, 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 nein. Ich meine, äh, ja. Ah, du und Regatta. Ja, mhm... Oh, hör auf. Äh, 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 nein, 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 nein. Hm, die Liebe macht dich nervös. Oh, 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 oh. Bäh, ich kann die Lasagne noch schmecken. Hey, was ist dein Problem? Ich verhungere. Kannst du mir was besorgen? Mhm. Oh, Mann, okay. Oh, du bist der Beste, Jax. Ah, ich glaube, sie ist, was sie will. Sieht so verlockend aus. Hm, wo ist er? Ja, oh, komm schon, komm schon. Ah, und wo? Nein, keine Chips. Was? Ich habe sie vergessen. Ah, hol mir die Chips sofort. Oh, okay. Hol mir die Chips sofort. Nee. Oh ja, ich hole die Chips. Ich liebe es. Ich hole noch mehr Chips. Warum will Pommi ihre Chips nicht? Oh, das ist so lecker. Oh, jetzt bin ich satt. Tschüss, Chips. Hm, hm. Und? Wo sind sie? Wo sind die Chips? Ähm, ich habe sie nicht. Du lügst offensichtlich. Hol mir die Chips, schnell. Wie du willst. Hm, ich muss herausfinden, was er jetzt wirklich macht. Vielleicht hat sein Handy die Antwort. Was? Leckere Chips, alles für mich. Die guckt doch nicht, oder? Äh, Chips! Hä? Wo kommt das denn her? Ich kann dich Chips essen sehen. Oh, hallo. Upsi. Ich gehe mal aufs Klo. Okay. Was? Schon leer? Nichts mehr da. Oh, so ein Mist. Was soll ich jetzt machen? Hm, sie ist im Bad, oder? Zeit für den Schlüsselwechsel. Genau so. Perfekt. Mehr Popcorn für mich. Wenn ich alles aufesse, merkt sie es vielleicht nicht. Ja. Ich bin wieder da. Wo waren wir? Jax, du hast mein Popcorn aufgegessen. Äh, nein. Bitte, bitte werde nicht rot. Was ist los? Bist du okay? Alles in Ordnung. Hä? Der Spiegel ist irgendwie komisch. Ein Schoko-Chip-Keks zum Mittagessen ist nicht schlecht. Das Mittagessen ist fertig und zurück an die Arbeit. Hm, wie läuft's? Ich lüge nicht, Pomi. Lüge da. Oh, oh, jetzt hab ich Eiergar. Oh, schon wieder erwischt. Ich will er sein. Oh, hey. Was? Das solltest du dir vielleicht ansehen. Was will Batman jetzt schon wieder? 602? Kriegst du überhaupt einen hin, Joker? Was? Ich kann sogar alle. Oh, das ist einfach. Eine Hand. Guck, Bad Boy. Keine Hände. Autsch. Okay, Schluss für heute. Das war ein Wrap. Der grüne Typ macht das Licht aus. Jemand soll dem Joker Wasser bringen. Endlich Zeit, meine Hausaufgaben nachzuholen. Ich halte das nicht mehr aus. Nimm das, Joker. Ein Spuckeball. Ekelhaft. Jetzt bist du dran, Harley. Und ich hab das perfekte Gadget, um's dir heimzuzahlen. Meine Geheimwaffe. Klopapierwerfer 3000. Wow. Jetzt ist Pew, Pew, Pew Zeit. Jetzt mit Klopapier aufladen. Bist du bereit, Harley? Das wagst du nicht. Oh, doch. Wow. Ich muss hier raus. Du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht verstecken. Guck, was mein Klopapierwerfer 3000 alles kann. Hey, guck hey. Der letzte Schuss. Boom. Ich geht ekelhaft. Dafür wirst du bezahlen. Was ist hier los? Nachsitzen. Ich sehe alles. Oh nein. Was ist das für ein Ort? Ich muss hier raus. Komm schon, Kräfte. Hilf mir. Keine Superkräfte beim Nachsitzen. Aber, aber, ich bin der Joker. Folge mir. Keine Jokes mehr, Joker. Hm. Du schreibst das... 1000 Mal. Ich komme in einer Stunde wieder. Wo ist ein guter Anwalt, wenn man einen braucht? Schreib das 1000 Mal. Dabei habe ich doch gar nicht so viel angestellt. Oh, vielleicht schaffe ich es noch bis zu meinem 18. Geburtstag. Oh, ich kann nicht mehr. Ich will doch nicht so enden. Aber ohne meine Kräfte. Aber ich weiß, wie ich das hinkriege. Ich lege die Marker so aus, jeweils mit einem Marker dazwischen. Dann, mit ein bisschen Klebeband, mache ich meine bisher beste Erfindung. Testen wir es. Ich werde quasi immer Antumdrehen fertig sein. Und eins, zwei, drei. Das ist voll einfach, wenn man weiß, wie es geht. Vielleicht bekomme ich dafür eine Medaille. Frau Lehrerin, ich bin fertig. Sie sind ein Ninja oder so. Ziemlich gut, was? Wow. Wie hat er das so schnell geschafft? Oh, du kannst gehen. Die nehme ich dir ab. Freiheit. Ich bin so viel besser als du. Das werde ich dir morgen heimzahlen. Ihr habt noch zehn Minuten Zeit. Die Zeit läuft. Dann sollte ich mal anfangen. Sieben, neun, Elefant. Oh, Mann. Und ich war auf dem besten Weg, meine beste Note zu bekommen. Eine vier. Warte mal. Kein scharfes Werkzeug. Das bringt mich auf eine Idee. Hihihihi. Dafür brauche ich meine treue Klebepistole. Jetzt bedecke ich meinen Bleistift mit Kleber. Was für eine Sauerei. Aber warte nur ab. Schritt zwei. Ein bisschen Farbe. Sorry, Harry. Aber das ist kein Zauberstab. Jetzt oben und unten Schnur drum wickeln. Das muss echt aussehen. Oh, süß. Der Anspitzer kommt vorne dran. Dann mit Knetmasse bedecken. Ist total einfach. Jetzt silbernde Farbe drauf. Und dann noch die letzten Details. Noch ein bisschen Farbe. Dann bin ich fertig. Ich wag es ja nicht, mich zu fragen, was das ist. Dann wollen wir mal testen, ob das klappt. Autschi. Zurück zu meiner vier. So eine einfache Frage. Yes. Sechs. 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 Oh. Keine scharfen Sachen im Unterricht. Aber das ist mein Bleistift. Voll gemein. Jetzt ist es meiner. Das steckt ja schon seit einem Monat fest. Popcorn. Und Test. Ich habe gar keinen Speker vorbereitet. Kein Test für mich. Bringen wir Spaß in die Klasse. Und da fliegt er. Wow. Was? Was ist das? Genau, was ich brauche. Und der Lehrer wird es nie erfahren. Zuerst muss ich den aufblasen. Jetzt zu meinen Notizen. Wäre gut, wenn mal jemand einfaches Mathe erfinden würde. Und jetzt? Die Luft rauslassen. Meine Notizen sind auch geschrumpft. Jetzt kommt der clevere Teil. Mit Klebeband lassen sich die Notizen vom Ballon ablösen. Falls jemand fragt, das ist der letzte Schrein der Nailart. Nur ein Roboter könnte diesen Speker erkennen. Speker, Scanner, aktiviert. Aha, die Lösung. Niemand hat gesagt, dass das Buch nicht offen sein darf. Oh, das ist die Lösung, die ich brauche. Schummler, entdeckt, Laser, aktiviert. Ich habe gerade meiner Mutter ein SMS geschrieben. Nein! Das war voll fies. Schummler, entdeckt, Laser, aktiviert. Schummeln ist so. Woher wusste sie? Da geht noch eine. Warte, ich bin der Nächste. Schummler, entdeckt. Nein! Zeit einfrieren. Jetzt kann ich mir Zeit lassen. Ich habe alles unter Kontrolle. Zuerst kümmere ich mich um euch zwei. Du drehst dich in diese Richtung? Bye, bye. Uh, aber ich schreibe mir noch ein paar Lösungen ab. Jetzt kriege ich eine zwei. Auftauen. Süße Rache. Laser, aktiviert. Oh nein, das wollte ich nicht. Also, klasse, habt ihr verstanden. Also, eins plus eins. Nein, ich muss los. Hilf mir. Hey, komm zurück. Infinity Handschuhe, check. Ich muss Zeit sparen. Boah, das war ganz schön knapp. Muss mich beeilen. Oh, ein Apfel. Ja, ein Wurm drin. Ja, huah. Ähm, lecker. Aber die Kruste ist voll eklig. Die ist in der Hölle. Warte, die nehme ich. Zeit für Jokers Kochshow. Du kommst spät. Sorry. Lass uns die Krusten zu Staub zermahlen. Der Mixer macht das schon. Ich hätte noch Harley's Schläger mitnehmen sollen. Du bist dran. Okay, Jay. Das nehme ich mit. Zerhacken wir das Hühnchen zu Nuggets. Das wird eitastisch. Hahaha. Jetzt gut durchmischen. Dann die Nuggets ins Ei tauchen und mit Brösel bedecken. Nee, ist noch nicht fertig. Wir kommen aufs Backblech. Ich hab voll Hunger. Sieht fantastisch aus. Danke. Gern geschehen. Ab in den Ofen damit. Jetzt müssen wir warten. Hm, ich werd die Uhr ein bisschen helfen. Fertig. Gut, dass ich Superkräfte hab und keine Ofenhandschuhe brauche. Und jetzt eine kleine Performance. Hab dich. Uh. Hahaha. Okay. Tada. Hier, bedien dich. Lecker. Du hast die aus dem gemacht? Wow. Also, hast du also Lust auf ein Date? Oh, die sind so lecker. Aufgebremst von Nuggets. Schon wieder.